Autonom fahrende Ackermaschinen, eine Zukunftsvision erdacht von Forschern der TU Dresden, die nur mit einem schnellen Mobilfunknetz Realität werden kann. Das aber ist gerade in vielen ländlichen Regionen Ostdeutschlands ein Problem. Die Große Koalition will nun selbst dafür sorgen, dass diese weißen Flecken von der Landkarte verschwinden und über eine Bundesanstalt Sendemasten bauen. Wir können uns eben nicht alleine auf den Markt verlassen, sondern wir sind der festen Überzeugung, dass der Staat auch hier eingreifen muss, wenn es zu diesen Lücken kommt, weil Menschen brauchen das Internet. Neben einer Mobilfunk-Infrastrukturgesellschaft haben sich die Fraktionsspitzen auf zahlreiche Beschlüsse zum Thema Wirtschaft geeinigt, zum Beispiel mehr in Verkehrswege zu investieren. Des Weiteren soll die Situation in der Pflege zügig verbessert werden, unter anderem durch höhere Löhne. Man habe Lust weiterzumachen, hieß es nach der Fraktionsklausur, die im Schnelldurchlauf stattfand. Aus einem Wochenende in der Eifel im Wahlkreis der zurückgetretenen SPD-Chefin Nahles wurde ein halber Tag in Berlin. Es sollte um Sach statt um Personalpolitik gehen, also nicht über den nächsten SPD-Vorsitzenden spekuliert werden. Dennoch, ausklammern konnten die Fraktionsspitzen die Frage nicht. Wir als Union hatten ja vor einem Jahr eine schwierige Situation gehabt, CDU und CSU miteinander, jetzt die SPD. Und deswegen haben wir auch sehr viel Sympathie füreinander, auch die schwierige Situation. Und wir wünschen denjenigen, die in der SPD jetzt Verantwortung, auch wenn sie auch zeitweilig übernommen haben, gute Hand. Eine stabile Koalition in Berlin. Darauf hoffen insbesondere SPD und CDU in Thüringen und Sachsen. Dort stehen in wenigen Monaten Wahlen an. Strauchelt die Bundesregierung, könnten auch die Zustimmungswerte der Parteien weiter ans Wanken geraten. Untertitelung des ZDF für funk, 2017